Tele-Stammtisch Die Aufmerksamkeit bekommen haben, diese verdienen Und wenn ich dann, wie in dem Fall, auch noch Farbenblick ins erste Werk, in die erste Ausgabe reinwerfen darf, dann freue ich mich tierisch weil ich dann auch so ein bisschen mich geschmeichelt fühle Ich bin sehr gespannt, über was wir uns heute unterhalten werden, denn das Werk hier habe ich bereits vollkommen gelesen Ich bin vielleicht nicht unmittelbar die Zielgruppe und ich fand es trotzdem toll Mal gucken, warum das der Fall ist. Hallo, ich bin der Andi Und wer bist du? Ja, hallo, ich bin Dane Rahlmeier, ich bin der Autor von dem Comic, den du toll findest Das freut mich übrigens, gewaltig Mensch, du hast mich angeschrieben, weil du scheinbar jetzt Runa heißt euer Werk übrigens Zumindest in einem ersten Werk abgeschlossen hast Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erstmal was zu dir erzählen Autoren und gerade so auch im Team Comics machen, das ist in Deutschland relativ unüblich, vielleicht kannst du dich erstmal ein bisschen vorstellen Jo, ähm Ich bin freier Schriftsteller, ich mach also ich verdiene mein Geld mit dem Ausdenken von Zeug in erster Linie Romane und Hörspiele Aber was ich halt von klein auf machen wollte war, äh, Comics Ähm, Problem Ich kann nicht für saure Eulenkacke zeichnen Ich konnte es mal etwas besser dann ist das irgendwie atrophiert Ich hab mich irgendwann mehr aufs Schreiben konzentriert als aufs, äh, aufs Zeichnen Und, ähm, aber der Wunsch war immer da Comics zu machen Ich bin, äh, von klein auf von Comics umgeben gewesen Mein Vater hat, äh, Comics gesammelt Also wirklich, äh, exzessiv Der hat, glaub ich, 600 Euro oder sowas im Monat für Comics ausgegeben Ähm, allerdings gingen unsere Geschmäcker da so ein bisschen auseinander Er war mehr so der, ähm, Sigurd und Arkim und, äh Ja, Nick der Weltraumfahrer und so Das war seine Welt Er war auch Mitglied im Hans-Rudi-Wäscher-Fanclub Ähm, und, äh, ich weiß nicht, ob ich das von ihm habe Dass ich mich für Comics interessiere Aber auf jeden Fall von, von klein auf Ähm, natürlich hier, äh, Donald Duck Und so weiter und so fort Mickey Mouse Irgendwann dann halt Asterix Und dann dagegen In meiner Teenager-Phase Wo alles extrem sein musste Da hab ich mich dann interessiert Für solche Sachen wie Spawn Und, äh, andere Image, äh, Sachen Und so weiter und so fort Ähm, hab Comics dann irgendwann So ein bisschen aus den Augen verloren Äh, so mit, äh, ja, bis Mitte 20 Hab hier und da mal, äh, was gelesen Aber das ist dann irgendwann So die Leidenschaft wieder erwacht Dass ich dann, ich würde nicht sagen, ich sammle Comics Aber ich, ähm, gut, ich gebe keine 600 Euro für Comics aus Also aber, ähm, ich lege mir gern Comics zu Ich, äh, am liebsten, ähm, Graphic-Novels Äh, in dem Sinne von Dass ich keine einzelnen Hefte kaufe Sagen wir mal von, von, äh, Batman Oder, oder was weiß ich was Ähm, und, äh, ein paar Mangas Ähm, paar französische Sachen Die ich, äh, sehr geil finde Und ich beneide die Franzosen echt Dass sie so eine Comic-Kultur haben Da kannst du, äh, hierzulande echt nur von träumen Und, äh, genau Dann irgendwann hatte ich so das Gefühl Da war ich in meiner Elternzeit Wir haben, äh, zwei kleine Kids Und ich kam nicht so wirklich viel zum Roman schreiben Aber ich dachte, du kannst irgendwas Kleineres dazwischen schieben Vielleicht versuchst du dich mal an einem Comic-Skript Und ich hatte durch, äh, einen Kumpel Der hat mir die Empfehlung gegeben Mal, äh, Patricia, äh, Pamulas Sachen anzugucken Wobei Mir gesagt wurde, dass der Name gar nicht Pamula ausgesprochen Sondern Paula Ähm, ich, ich nenne sie trotzdem Pamula Entschuldigung, Patricia, es tut mir leid Wenn du hier wärst, könntest du mir virtuell, äh Eine in die Seite knuffen Und, ähm, die fand ich super Die waren, die waren bunt Und die waren witzig Und die waren, ähm, niedlich Ich bin nicht immer für niedlich zu haben Aber da war trotzdem so ein Biss, äh, dabei Bei ihren Sachen Habe ich sie einfach mal angeschrieben Habe gesagt, hier, ich habe eine Idee Hättest du Bock? Und, äh, sie hatte Bock Und dann haben wir das, ähm, so ein bisschen Ging ein paar Mails hin und her Was, in welche Richtung kann das gehen? Machen wir mehr Steampunk-lastige Sachen? Lassen wir das eher weg? Wie bunt wird das Ganze? Joa, und dann, irgendwann Ähm, haben wir angefangen mit Runa Dann hat sie, äh, Noah dazu geholt Noah Wyler, das ist ihr Partner Und, ähm, ebenfalls Künstler Und, ja, ich kann, mittlerweile kann ich nicht glauben Dass wir tatsächlich die, ähm, zweite Ausgabe Schon zur Hälfte durch haben Mittlerweile Wir veröffentlichen das Ganze als Webcomic Sollte ich vielleicht noch dazu sagen Ja, ähm, zuerst als Webcomic Eine Seite pro Woche Und, äh, dann aber Hinterher als gedruckte Ausgabe Als PDF mit einer Menge, mit einer Menge, ähm, Extras Und so weiter und so fort Und ganz ehrlich, wenn es nach mir geht Würde ich das den Rest meines Lebens machen Weil es macht unglaublich viel Spaß Comics zu machen Vor allen Dingen, wenn du, ähm, Tutti Kompletti dein eigener Herr bist Und, ähm, dir nicht sagen lassen musst In welche Richtung das Ganze gehen soll Welchen Ton du anschlagen musst Und so weiter und so fort Also da haben wir im Team Natürlich, äh, ein paar Mal Diskussionen Aber das ist auch gut und wichtig Aber ansonsten Indie-Comics machen ist grad Da bin ich süchtig nach geworden Sehr gut Da war jetzt ganz viel dabei Ich glaub, da können wir noch mal ein bisschen Auch in die Details reingehen Zunächst erst einmal Finde ich es ja wirklich großartig Ich hatte schon gemeint Das ist in Deutschland die Ausnahme Dass du als Autor Ohne dass du jetzt selbst Auch mit Zeichenskills daherkommst Die halt gezielt Leute gesucht hast Die angeschrieben hast Und da auch die Empfehlungen bekommen hast Weil ich häufiger mal höre Dass du gerade, sag ich mal Bekanntere ZeichnerInnen Dass die halt wirklich ganz oft angeschrieben werden Und da aber schon selbst so viele Ideen am Start haben Dass sie da einfach gar keine Zeit hätten Für solche Extra-Projekte Aber das steht hier auf der ersten Seite im Comic Die Patricia ist Obwohl sie natürlich geübte Illustratorin ist Und da auch durchaus einiges schon gemacht hat Im Bereich Comic ist es ihr Debüt Erzähl doch mal Musst du sie großartig überzeugen Wie hast du ihr das Ganze eigentlich gepitcht? Ganz ehrlich Ich hab manchmal das Gefühl Ich muss Patricia zu allem überzeugen Weil sie Und das ist Das spricht aber auch für sie Sie ist super duper mega talentiert Aber ich glaub sie Sie sieht das gar nicht so Also sie ist da extrem auf den Teppich geblieben Ich glaube der Stoff hat sie angesprochen Weil Runa ist halt Es ist ein All-Ages-Comic Wie ich immer sage Also für Für jugendliche Leser und Erwachsene Und ich glaub was sie angesprochen hat Ist wir haben eine super duper bunte Welt Die perfekt ist Für die Farben die Patricia macht Ähm Und Wir haben halt Eine freche Jugendliche als Als Heldin Ich glaub das hat sie auch angesprochen Und im Grunde genommen waren es dann eigentlich nur noch so ein paar Details Wie das was ich vorhin gesagt hatte Ich kann mich erinnern Dass wir Diese Steampunk Sache so ein bisschen hin und her Überlegt hatten Ob sie gern Maschinen zeichnet Und Und nicht Und Oder nicht Ähm Und dann hatte ich das Skript irgendwann angereicht Es gab ein paar Anmerkungen Weil das war mein erstes Comicskript Ähm Und äh Von meinem eigenen Comic Ähm Da bin ich dann auch immer Da bin ich super rührselig Was sowas angeht Weil es halt Das war halt ein Kindheitstraum Äh Von jeher Und dann hast du auf einmal Auf deinem Smartphone Die erste Seite Das war Das war fantastisch Und ich glaube Ich hab so ein bisschen deine Frage aus den Augen verloren Kann das sein Nö Also hast du Die Frage war ja letztlich Wie du sie gepitcht Also wie du sie überhaupt angeangelt hast An das Projekt Und das scheint mir dann Dass du das durch die Protagonistin Durch die Story Und durch diese bunte Welt Hast du es jetzt genannt Ähm Dass das so die Punkte waren Also das war Das war im ersten Pitch auch drin Ähm Der war halt noch super roh Ich hatte selber noch nicht so wirklich die Idee Wo geht die Story hin Weil ich dachte Bevor dir jetzt dein Herz bricht Und du du stürzt dich in so ein Projekt Und sie sagt dann nein Ähm Fragst du sie erstmal Hat sie Bock So und so Das ist die grobe Richtung Und als das dann stand Ne Dann kam Dann kam das Skript Dann kam die weitere Storyline Und so weiter und so fort Ähm Als ich äh Das allererste Mal Ihre Sachen gesehen hatte Hatte ich noch gar keine Idee Wo wir hingehen mit Runa Und ich glaube Das kam dann auch so ein bisschen Durch Durch ihre Zeichnungen Mhm Meinst du jetzt vom Charakterdesign her Oder von der Story Äh Sowohl als auch Mhm Okay Und der Noah Der war dann so ein bisschen Das Backup Oder die Bekanntschaft Die durch Patrizia wiederum entstanden ist Genau Ähm Sie hat ja irgendwann gesagt Weil sie selber Du sagst ja Es ist ihr Debütcomic Und da war sie selber Bei einigen Sachen noch unsicher Und da hat sie gefragt Ob es dann okay wäre Wenn sie Noah mit an Bord holt Der äh Sehr viel mehr Comikerfahrung hat Und Da war ich zuerst Ein bisschen unsicher Weil ich dachte Das wird so ein Projekt Zwischen uns Äh Beiden Und es ist immer leichter Mit Einem Künstler zu kommunizieren Als mit zweien Weil ich erkenne das durch die Ähm Durch die Cover bei meinen Büchern Und so weiter Da arbeite ich auch direkt Mit den Mit den Künstlern zusammen Und da hat mir das Ein bisschen schwierig vorgestellt Dass dann plötzlich Noch jemand An Bord kommt Aber Ähm Das hat super gut funktioniert Und Äh Ich bin sehr froh Dass Noah mit dabei ist Und Patrizia Immer noch mit dabei ist Weil Ähm Ich Absoluter Fan bin Von Noas Designs Und Und Äh Von der Dynamik In dem Comic Ähm Der Typ hat Einen Haufen Ideen Manchmal muss ich ihn Echt bremsen Ähm Und Patrizias Farben Sind Der Kracher Und So läuft das dann Noah macht mittlerweile Seit Ausgabe 2 Ähm Pencils Und Inks Mhm Und Patrizia dann Die Farben Und das ist Ähm Wie gesagt Das ist bis jetzt Die reine Freude Jetzt seid ihr ja ein Team Aus uns schon sogar vier Leuten Das heißt also Ja genau Ihr müsst euch die Comic Millionen zu viert aufteilen Million von Plottis Ja Definitiv Liebe Grüße auch an den Mark Schmitz Der ist ja kein Unbekannte In der Comic Szene Und macht eine Menge tolle Sachen Jetzt hat er bei euch Beim Lettering Hat er ausgeholfen Richtig Genau Das kam wie folgt Wir haben die erste Seite veröffentlicht Marc war schon Äh Er hat eine Weile vorher Auf Facebook Dann hat er uns gezeigt Dann hat er uns gezeigt Was er konnte Und dann haben wir gesagt Alles klar Du bist engagiert Ähm Seitdem macht Marc das Lettering Und Ähm Wenn du Marc Schmitz Für irgendwas Engagierst Dann Kriegst du nicht nur Das Lettering Der Typ Hat halt Der ist ein wandelndes Comiclexikon Und ich hab super duper Mega viel gelernt Äh Auch was Comic Dialog angeht Und die Platzierung von Comic Dialog Und so weiter und so fort Dafür bin ich super dankbar Deswegen ist er auch bei Ähm Anderen Comic Sachen Die ich jetzt in der Pipeline habe Ist er auch mit dabei Als Äh Als Letterer Ach ja sehr gut Das freut mich Dass der Marc Der ja auch keine Ahnung Schon mit Leuten wie Ralf Singh Zusammengearbeitet hat Ja Beim Plan Productions Verlag war ja schon am Start Also der ist wirklich kein Unbekannter Und wie du schon sagst Ich glaub der weiß wovon er spricht Aber Holla die Waldfee Das kannst du mal wissen Ähm Ralf übrigens auch Den hab ich dann nämlich auch kennengelernt Hi Ralf übrigens Ähm Der hat mir dann auch noch Ein paar Tipps gegeben Was man machen kann Mit ähm Wo lassen wir das ganze drucken Ähm Wie sieht das aus Wenn man potenziell irgendwann mal Eine Kickstarter Aktion Äh Machen möchte Ähm Wen kann man ansprechen Wie zum Beispiel dich Ähm Wenn es darum geht Ein bisschen Publicity zu machen Für den Comic Mhm Und äh Ja Das Dafür bin ich auch extrem dankbar Wie gesagt Das ist mein erster Comic Und äh Die Lernkurve war super hoch Aber äh Ganz ehrlich Ich hab das Gefühl Ich bin Ich hab da ein Lotto gewonnen Ähm Dass ich gleich beim ersten Comic Diese ganzen Leute um mich herum habe Wovon reden wir eigentlich Wir reden von Runa Runa hab ich jetzt hier gelesen Auf einer digitalen Fassung Von 40 Seiten Inklusive Cover Da werden wir auf jeden Fall Gleich nochmal in die Details gehen Aber vielleicht erstmal auch um den Die Publikum so ein bisschen zu sagen Worum es hier eigentlich geht Ich würde sagen Runa Ist eine Geschichte Die von Runa handelt Runa ist auch unsere Protagonistin Die in einer Tensi-Welt Die vor allem sehr bunt daherkommt Wie du es auch schon erwähnt hattest Unterwegs ist Und Abenteuer erlebt Sie ist Formwandlerin Und vermutlich Eine der letzten ihrer Art Sie kann Sich letztlich Ja einfach in andere Wenn man so will Wesen verwandeln Und ich habe nicht den Eindruck Als Tensi das immer so ganz freiwillig Und vor allem bewusst Und dann Tollpatsch Sie sich so ein bisschen durchs Leben Ist aber grundsätzlich Relativ selbstständig Und selbstbewusst Das Ganze kommt wie gesagt Nicht nur sehr bunt daher Sondern erinnert mich auch Ein Stück weit Hat es gewisse Manga-eske Züge auch Du hast ja auch von Manga schon gesprochen Das sind so die Sachen Wie ich es grob einordnen würde Und auch bei All Ages Wäre ich übrigens bei dir Ja okay Das ist jetzt von der Figur her Auch was Was ganz sicher junge Frauen Ansprechen dürfte Und auch vor allem junge Selbstständige Frauen Und gerne aber vielleicht Nicht nur Frauen Sondern eben auch Jungs Finden hier sicher ihren Spaß Und der Action zum Beispiel Aber auch ich konnte diesem Band Vieles entnehmen Was mich gut unterhalten hat Was würdest du denn sagen Wenn du diese Welt Und die Reihe beschreiben willst Wenn du die vielleicht An einem Messestand Oder wo auch immer Dem Publikum Ja ans Herz legen möchtest Wovon handelt Runa Habe ich noch was vergessen eigentlich Die Frage Ähm Ne eigentlich hast du es Ganz gut zusammengefasst Also sie ist Wie du sagst Eine junge Gestaltwandlerin Sie lernt das aber auch Gerade erst Das bereitet ihr noch Mühe Es ist auch nicht so Dass sie kann sich nicht In einen Tisch verwandeln Oder in eine Lampe Oder irgendwie sowas Sondern du sagst So verschiedene andere Wesen Also quasi so Wehrformen Im Sinne von Also sie verzaubert sich Nicht in den Wehrwolf Aber Wehr im Sinne von Wehrwolf Also so Hybridwesen Zwischen ihrer Ursprungsform Und dem was sie dann annimmt Sie lernt das Es ist anstrengend für sie Es kostet sie gerade noch Viel Kraft Das ist auch so ein Teil Der Reihe Dass sie lernt Damit umzugehen Das Problem das sie hat Ist sie hat ihre Eltern verloren Die sind getrennt worden Da war sie noch super klein Und Die Fähigkeiten haben Erst später eingesetzt In der Pubertät Bei ihrer Spezies Und jetzt steht sie da Wie der Ochs vom Berge Muss einmal das lernen Damit umzugehen Und es gibt auch so ein paar Tücken Bei ihrer Fähigkeit Das lernt sie in Band 1 kennen Und in Band 2 Merken wir dann Was das für Auswirkungen hat Ich will nicht spoilern Aber das macht es halt Noch ein bisschen schwieriger Für sie Und gleichzeitig sucht sie halt Nach ihren Eltern Auf einem Planeten Der ist quasi Bevölkert von gestrandeten Wesen Aus einer Myriade Von verschiedenen Universen Wo halt Da geht alles Bei Runa Du hast Tier Menschen Du hast Alien Viecher Du hast Roboterartige Wesen Du hast Spoiler Alarm In Folge Oder in Ausgabe 2 Gibt es den Wahlwurf Halb Wahl Halb Maulwurf So ein Riesenvieh Das plötzlich aus der Erde Durchbricht Und All solche Verrücktheiten Wir haben einen Ist gleich auf der Seite 1 Deswegen ist es kein Spoiler Da gibt es den Käpt'n Borg Der kommt später auch nochmal Ups Das war ein Spoiler Entschuldigung Aber ich wollte sagen Der hat ein Luftschiff Das Anstatt von einem Ballon Von einer Fliegenden Riesenqualle Getragen wird Also all solche Fand ich saugeil die Idee Echt cooles Ding Vielen Dank Vielen Dank Ist aber auch saugeil umgesetzt Muss man sagen Und Das ist halt ein Wildes Verrücktes Buntes Universum Aber es ist halt nicht nur Es ist jetzt kein Märchenland Oder so Da geht es gefährlich zu Sie wird von Von Kopfgeldjägern Gejagt Warum genau Werden wir im Laufe der Geschichte Erfahren Und dann gibt es noch etwas Das ist in Ausgabe 1 Sieht man das in einem Traum den sie hat Da ist noch etwas Hinter ihr her Beziehungsweise hinter ihren Eltern her gewesen Und wer oder was das ist Das ist auch so eine große Sache im Hintergrund Die sich dann noch klären wird Im Bereich Fantasy Kenne ich mich nur minimal aus Muss ich sagen Ich habe allerdings hier Einvergleich auf der Hand Der als Kompliment gemeint ist Ich glaube man kann die Welt So abwechslungsreich sie auch ist Auch mit diesem World of Warcraft Universum vergleichen Denn da kommen Vergleichbare Figuren her Vergleichbare Designs Und auch da Ist ja auch Sind all diese verschiedenen Möglichkeiten von Ich sag mal Roboter Alien bis hin zu Fantasy Wesen sind auch da Abgebildet Ich könnte mir vorstellen Dass wenn ihr Liebes Publikum Euch schon mal in der Welt Von World of Warcraft Verloren habt Ihr auf jeden Fall Auch hier bei Runa Was Positives Vor euch rausziehen könntet Kennst du die Serie Oder die Reihe Oder das Spiel Wie viel zu den Vergleich Ich weiß dass die existiert Ich habe es tatsächlich Noch nie gespielt Ich habe glaube ich Irgendwo Noch so ein Artbook Davon im Schrank Das war allerdings Ein Fehlkauf gewesen Weil das kein Richtiges Artbook ist Mit den ganzen Figuren Design Sondern das ist irgendwie Das sind die Storyboards Für irgendeine Intro Sequenz Oder sowas Ah ja Okay Insofern kenne ich das Nicht wirklich Aber ich glaube Noah Und Patricia kennen das Und ich kann mir vorstellen Dass die vielleicht Dabei auch daran gedacht haben Aber da müsste ich jetzt Für die beiden sprechen Woran ich gedacht habe Das war halt Die absolute Freiheit Die mir das Setting Bringen würde Wenn ich einfach sage Das ist eine Welt Zwischen verschiedenen Multiversen Und es ist im Grunde genommen Alles möglich Die Idee war auch Dass sie vielleicht Irgendwann einen Menschen trifft Von der Erde Der da irgendwie gestrandet ist Sowas wäre zum Beispiel Auch denkbar Aber bis jetzt Haben wir Alle Kreaturen Und alle Bewohner Und so weiter Sind Fantasiewesen Und vielleicht lasse ich das auch so Mal gucken Bei deinen sonstigen Büchern In welche Richtung geht das eigentlich Ist das auch Fantasy Oder ganz andere Sachen Ähm Ja Fantasy Science Fiction Steampunk Ähm Ähm Das macht auch viel Spaß Ich bin immer Fan von Worldbuilding Dass ich mir genau ausdenke Wie funktioniert die Welt Was sind die Regeln Was ist möglich Was ist nicht Aber bei Runa Fand ich die Freiheit Einfach so verlockend Dass du Vor allen Dingen auch mit einem Mit einem Zeichner sprichst Der dann auch eigene Ideen einbringen kann Ohne dass sie fehl am Platz sind Weißt du was ich meine Ja Das ist einfach weil so viel So viel möglich ist Und genau diese Möglichkeiten Variationen Und letztlich auch Ein Teil des Entstehungsprozesses Können wir hinten Auf den letzten Seiten Meiner PDF Datei sehen Denn da sind verschiedene Ja Sketches Also erste Ideen Vor allem unsere Protagonistin Und auch weitere Figuren Drinnen Wie sah das denn aus Du hast dann Patricia Die scheinbar federführend war Beim Ja letztlich bei den Designs Verschiedene Ideen gegeben Was sie machen könnte Welche Richtung es gehen könnte Und sie hat das dann Exemplarisch mal umgesetzt Oder wie speziell Also konkret seid ihr eigentlich Dann bei Runa In die Kreation gegangen Genau Das Design von Runa Da ist ganz 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 viel von Patricia drin Meine Idee war einfach nur Sie ist Ein Teenager Sie ist nicht menschlich Aber menschlich genug Dass wir halt mit ihr mitfühlen Und meine ursprüngliche Idee war Dass sie weiße Haare hat Und dann hat Patricia gesagt Nein Dane Aus Keine weißen Haare Irgendwie gefühlt hat Mittlerweile jeder zweite Charakter Oder auch gerade Anime Charakter Weiße Haare Und dann hat sie halt Einen Haufen von Farbvariationen Gezeigt mit blauen Lila Schwarzen Haaren Und so weiter und so fort Und Du kriegst dann also So ein Eine Seite Mit Ich glaube das waren 20 oder 30 Verschiedene Variationen Und dann hast du es irgendwann Automatisch Dass das Auge Zu gewissen Variationen Automatisch hinwandert Und das waren dann diejenigen Ich glaube wir haben uns dann Irgendwie drei rausgesucht Und von diesen dreien Dann nochmal für eine entschieden Und das lustige ist Jetzt mittlerweile Wo das alles passiert ist Und ich zurückdenke Kann ich mir nicht vorstellen Dass der Charakter jemals Anders ausgesehen hätte Weißt du was ich meine Das ist so Das ist so sehr Dieser Charakter Und das ist auch Mittlerweile Dass ich Dass ich Mit genügend Abstand Von dieser heißen Phase Der Der Kreation Sehe wie viele Coole Ideen Da drin sind Auch von Von Patricia Oder besonders von Patricia So kleine Details Am Charakter Wie zum Beispiel Den Fleck Den sie ums Auge hat Wo noch nicht ganz geklärt ist Hat ihre Spezies Generell solche Flecken Oder ist das eine Brandnarbe Und so weiter und so fort Das finde ich super Das macht den Das macht sie noch mal Zusätzlich interessant Diese kleinen Details Also sah sie In deinem Kopf Noch nicht konkret so aus Wie sie Jetzt aussieht Nein Überhaupt gar nicht Nein Also da war Eine vage Idee Von einem Schon In einem Anime-artigen Look Das hast du Das hast du richtig gesagt Oder Manga-artigen Look Aber Das lag daran Weil Patricia viel In der Richtung zeichnet Und Weiße Haare Der Rest vom Schützenfest Die Hautfarbe Die Klamotten Und so weiter Das stand noch gar nicht fest Wir haben uns aber schnell Darauf geeinigt Dass die Klamotten Die sie hat Die müssen Praktisch sein Weil sie ja Als Vagabundin unterwegs ist Praktisch Und einfach Und die sehen auch schon aus Als ob sie eine Weile Unterwegs ist Und die müssen Und die müssen hier Ihr halt Das ermöglichen Dass sie sich auch Gestalt wandeln kann Ohne dass man den Effekt hat Wie Es gab so eine alte Hulk Zeichentrick-Serie Da war das so Wenn Bruce Banner Sich in den Hulk Verwandelt Reißt sein Hemd auf Wenn er sich zurückverwandelt Hat dann wieder Ein heiles Hemd Und das wollten wir vermeiden Es gibt so ein lustiges Detail Und zwar am Ende Wenn eine gewisse Verwandlung stattfindet Reißen ihre Handschuhe auf Und dementsprechend Hat sie in Band 2 Keine Handschuhe mehr Und über solche Sachen Haben wir uns unterhalten Und da kamen ganz viele Ideen Von Patrizia Dass zum Beispiel Diese Art von Poncho Den Runa trägt Der ist super flexibel Bei den ganzen Verwandlungen Die sie durchmacht Und das fand ich Und finde ich auch immer noch Absolut großartig Weil bei aller Verrücktheit Die es da gibt In der Welt von Runa Es gibt halt trotzdem so eine Wir haben ganz oft Über einen Begriff gesprochen Wir haben das immer Griffigkeit genannt Die Welt muss trotz aller Verrücktheit Eine gewisse Griffigkeit haben Im Sinne von Eine gewisse Realität Die dem Ganzen inne wohnt Also trotz Riesenmaulwürfen Und Quallen Luftschiffen und so weiter und so fort Und so diese kleinen Details Wie die Handschuhe reißen auf Sie verwandelt sich zurück Und die Handschuhe sind immer noch kaputt Das klingt jetzt Klingt jetzt vielleicht lächerlich Aber für mich als Leser Macht das viel aus Absolut Es gibt der Sache glaubwürdig Erdet die Geschichte auch ein Stück weit Ja genau Ich finde das schon Absolut Na gerade dieses Beispiel Dieses Hulk Beispiel Was du genannt hast Das ist auch kein ganz unbekanntes Diese ganze Manga-eske Stilistik Die ist mir natürlich auch aufgefallen Und die ist ja Aus zweierlei Gegründen ist die ja sinnvoll Zum einen sagst du Patricia hat in dem Bereich Schon einiges gemacht Das heißt also Das liegt ihr offensichtlich Auch ganz gut Und zum anderen Sprechte damit natürlich Auch einfach ein junges Publikum an Die Machen wir uns nichts vor Der Manga trägt gerade insgesamt Den Comic-Markt Ohne Manga Gäbe es gerade effektiv Keine Comics mehr Also sprichst damit Auch in der Summe Auch einfach ein großes Junges Publikum an War das so Absicht in der Art Kann man das sagen Dass das auch diese Zielgruppenperspektive Die Stilistik mit geprägt hat Äh ne tatsächlich nicht Das ist Kunst per Zufall Äh es Es schadet der Sache Natürlich auch nicht Ähm Aber ich glaube das kommt Daher Ich bin aufgewachsen Mit JRPGs Wie Final Fantasy Äh Dragon Quest Und so weiter und so fort Auch wenn ich nie so der Mega Manga Leser war Ist so die Die Manga Oder Anime Ästhetik Die liegen mir halt Relativ nah Und äh Die fand ich war perfekt Für den Charakter Als auch die Welt Und ich glaube so hat sich Das organisch Ähm ergeben Aber wie gesagt Ich glaube das schadet auch nicht Wir sind äh zum Beispiel Auf Webtoon äh vertreten Mit Runa Mhm Da gibt es auch jede Woche Ein neues Update Und äh Da sind die meisten Leser Ähm Manga oder Manga-esk Äh äh Angehaucht Also Angehaucht Du weißt was ich meine ne Sie stehen auf Leute Äh auf Sachen in dem Look Die Leute dort Und ich glaube ähm Das hat uns geholfen Viele Leser da zu finden Insofern hast du recht Geplant war es aber nicht Nicht so Also das Ich glaube wir gehen ähm Generell das finde ich auch sehr schön Wir gehen gar nicht so mit Kalkül daran Dass wir sagen Das und das verkauft sich besser Sondern bei Runa ist es so Dass wir sagen Das und das ist cool Und ähm Wenn wir das cool finden Toi 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 Gibt es hoffentlich auch andere Leute Die das cool finden Ähm Zum Beispiel Bestes Beispiel Es gibt äh In der äh Aktuellen Seite Gibt es einen Charakter Der sieht aus wie ein äh Ein blauer Hase Mit weißem Schnörle Und äh Das ist ein Charakter Der eigentlich nur in äh Zwei drei Panels vorkommen soll Aber die Reaktionen Auf den Charakter Waren äh So großartig Dass ich dachte Ah mach Den müssen wir nochmal Irgendwo einbauen Ähm Das ist so äh Das das Einzige Wo wir sagen Okay die Leute stehen so Auf den Charakter Und es fügt sich auch In die Geschichte ein Dass er nochmal vorkommt Dass wir ähm Da Uns ähm Ich will nicht sagen Vorgaben von den Leuten Geben lassen Aber dass wir schon so Auf Feedback hören Aber ansonsten Ziehen wir eigentlich Unser eigenes Ding durch Ähm Weil ich Das das kenne ich auch Von von meinen anderen Sachen Das ist das was Wo du später Am meisten hinter stehst Als Macher Und ich glaube Die Leute merken das irgendwann Wenn du anfängst Nur noch Fan äh Service zu machen Aber bei dem Bei dem Äh Schnörle Hasen Ähm Vielleicht war es auch so Dass die mich einfach Auf die Idee gebracht haben Den nochmal rein zu bringen Ist jetzt nicht so Dass ich sage Der muss zwangsweise Nochmal rein Aber ich glaube es passt Ganz gut Und ich glaube das Das wird den Leuten gefallen Weil du jetzt gerade Auch Webtoon erwähnt hattest Lass uns doch nochmal Konkret auf die aktuellen Veröffentlichungen Und die Art und Weise Zu sprechen kommen Du hast jetzt gemeint Du seid auf Webtoon vertreten Das ist eine Plattform Die es international Schon länger gibt Und ich kann so viel sagen Ähm Wir werden demnächst Jahr auch ein Vertreter Von Webtoon Beim Tele-Stadt-Württemberg Zu einem großen Exklusivgespräch Ähm Dabei haben Das wird also ein großes Thema noch werden Bei uns hier Und Webtoon ist ja Eine Plattform Ich weiß gar nicht Wie präsent die in Deutschland Explizit schon ist Weil wir hier auch Andere Sachen haben Was haben wir hier Oh Gott Toons Up Tapas ist natürlich Auch nicht klein Und so Und wie sie nicht alle heißen Erzähl doch mal so ein bisschen Warum habt ihr euch Für Webcomic entschieden Warum gerade für die Plattform Und warum habe ich hier Schon ein abgeschlossenes PDF-Dokument vor mir Haha Ja Also wir haben es wie folgt gemacht Wir haben zuerst Auf unserer Website RunaComic.com Haben wir veröffentlicht Machen wir auch immer noch Und ähm Dann war der Plan Wenn wir so ein gewisses Kontingent an Seiten haben Gibt es einen Vorlauf Dann passen wir die Ans Webtoon Format an Das war aber von Anfang an geplant Dass wir zu Webtoon gehen Und bei Bei Tapas Sind wir übrigens auch Ähm Und ähm Haben dann angefangen Quasi als In Anführungszeichen Zweitauswertung Die Originalseiten Dann bei Webtoon Und Tapas Rauszubringen Ähm Die Idee dabei war Dass wir so breit wie möglich Aufgestellt sind Aber auch nicht überall Ähm Sachen Ähm Veröffentlichen Weil einfach Die Zeit nicht dafür da ist Dann Manche Seiten haben Verschiedene Formate Die sie bevorzugen Dann musst du die halt Hochladen und so weiter Und so fort Und Zeit ist halt immer So ein bisschen rar gesät Deswegen haben wir gesagt Okay bei drei Plattformen Sind wir jetzt Tatsächlich ist äh Tapas die mit der geringsten Ähm Reichweite Also zumindest für uns Da haben wir so Ich glaube 210 Abonnenten Bei Webtoons Äh Sind es bald 4000 Wir hatten aber auch Glück Dass äh Ich glaube so Zwei, drei, vier Wochen Nachdem wir bei Webtoon waren Haben die uns gefeatured In ihrer Äh Die haben so eine Sektion Für äh Äh New and Fresh Nennen die das Für alle Comics Die gerade neu rausgekommen sind Die besonderes Also Laut denen besonderes Augenmerk verlangen Und das hat uns mega geholfen Weil wir am Anfang Die ersten paar Wochen Hatten wir vielleicht Acht Abonnenten Und dann waren es Äh Über tausend Auf einmal Innerhalb von ein paar Tagen Dafür bin ich auch Nach wie vor sehr dankbar Was mich ein bisschen frustriert ist Ich kann den Algorithmus Nicht ganz Hinter Äh Blicken Von Webtoon Das ist sicherlich auch Absicht von Webtoon Ähm Es gibt Äh Wochen Da bringen wir eine neue Seite raus Und ähm Es kommt eine Handvoll Neue Abonnenten dazu Dann bringen wir eine neue Seite raus Und es kommen 500 neue Abonnenten Das ist äh Das fluktuiert immer sehr sehr stark Aber da haben wir ein paar Von unseren ältesten Und ähm Auch aktivsten Fans Die also bei jeder Seite Ähm Kommentieren Und liken Und das auch weiter empfehlen Insofern Das machen wir auf jeden Fall weiter Warum es jetzt Ein abgeschlossenes PDF gibt Wir haben gesagt Nach der ersten Ausgabe Machen wir Ein PDF Mit Bonusmaterial Das was du halt hast Mit äh Mit hoher Auflösung Und aber auch eine Druckausgabe Und die verkaufen wir dann Äh Mittlerweile auf unserem eigenen Äh Shop Über die Seite Und findet man euch auch auf Messen Kann man die da auch kaufen? Also Erlachen Keine Ahnung Oder meinetwegen auch Dokumie Und wie sie nicht alle heißen? Noch nicht Aber das ist der Plan Das wollten wir jetzt Äh 2023 Wir haben ja auch mitten in Corona angefangen Es ist ja Ja genau Ich glaube 2020 haben wir die ersten Ähm Gespräche geführt Über Runa Und das war der Sache Natürlich halt so ein bisschen Hinderlich Aber der Vorteil ist Wenn wir dann im Laufe des Jahres Irgendwann auf eine Messe gehen Haben wir mittlerweile Zwei Ausgaben Und ähm Das macht glaube ich Ein bisschen mehr her Als wenn wir nur mit einem Heft Hingehen Nochmal kurz wegen Webtoon Da gibt es ja Soweit ich weiß Verschiedene Formate In denen man da Comics hochladen kann Das ist jetzt glaube ich So eine offene Reihe Oder offenes Format Dessen Namen mir gerade Nicht so genau einfällt Ich glaube Canvas Und dann gibt es ja noch Den Original Bereich Wäre das für euch Auch eine Idee gewesen Also quasi ein Exklusiv Content Für Webtoon zu machen Das wäre für uns Eine Idee gewesen Ich weiß nicht Ob das für Webtoon Eine Idee gewesen wäre Verstehe Ich glaube wir sind Ähm Also ich ähm Ich kann mir vorstellen Dass etwas wie Runa Bei denen gut ankommt Das Problem In Anführungszeichen ist Webtoon Originals Serien Haben Ich glaube manchmal 20 oder sogar noch Oder 40 Panels Pro Episode Das heißt 40 Panels Das wären ungefähr Jetzt mal grob Ich glaube Vier oder fünf Comicseiten Pro Woche Und das kriegen wir Nicht hin Also bei aller Liebe Ähm Das es würde zu viel An Details verschwinden So diese ganzen kleinen Sachen im Hintergrund Ähm Die ich halt Die ich super finde Und die der Welt halt Noch mal so Gewicht Und Charakter geben Das würde glaube ich Einfach wegfallen müssen Ähm Andernfalls würden Noah Und Patricia wahrscheinlich An Überarbeitung Irgendwann umfallen Deswegen hatten wir Gar nicht die Idee Ähm Bei den Originals Mitzumischen Ähm Ähm Also Natürlich auch die Frage Ob sie es überhaupt Genommen hätten Aber wir haben uns Dann gleich auf Canvas Konzentriert Weil da können wir Machen was wir wollen Da können wir theoretisch Auch nur ein einziges Panel pro Woche Veröffentlichen Ähm Und da bin ich gerade Ich finde das gerade Sehr sehr bequem Wir haben durch Ähm Durch Webtoon In unsere Präsenz Da haben wir Patrons Äh Dazu gewonnen Für unseren Für unseren Patreon Account Das ist ganz cool Auf der Seite Haben wir dann auch immer So ein paar tausend Besucher pro Woche Und ähm Erinnern Wie ihr Runa Eigentlich so Wie ist der Arbeitsablauf Ähm Ich schreibe das Volle Skript Das heißt Die einzelnen Panels Sind beschrieben Dann eventuell auch schon Die genaue Perspektive Wir gucken über die Schulter Oder äh Das ist jetzt ein Close-up Ähm Und so weiter und so fort Dann ähm Schicke ich das an Noah und Patricia Und Noah und Patricia Sagen nein Dummes Zeug Das funktioniert nicht Du kannst nicht irgendwie Du kannst nicht äh Äh Acht Panels Mit 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 Riesenszenen Irgendwie auf eine Seite Quetschen Ähm Ich hab Ich hab dazugelernt Also in In Skript Nummer 2 Gab es nicht mehr ganz so viele Momente Und in Skript Nummer 2 Hab ich mich sogar getraut Was Noah immer Bemängelt hat Er sagt Alter Dane Du hast hier Den Mega-Auftritt von Sagen wir mal Den Gegenspielern Oder Von irgendeinem Vieh Oder sowas Warum zum Teufel Machst du keine Splash-Page Also einfach mal Ein Panel auf einer Seite Die gibt es deutlich mehr In Ausgabe 2 In Ausgabe 1 Noch nicht so Da hab ich einfach versucht So viel wie möglich In diese eine Ausgabe Rein zu quetschen Und dann kamen die beiden Und haben gesagt Nein Pass auf Das funktioniert so nicht Hier brauchst du mehr Seiten Um der Story Mehr Luft zu geben Zum Beispiel der Der Showdown In der ersten Ausgabe Da sind glaube ich noch 2 Seiten dazugekommen Einfach damit das Mehr Raum zum Atmen hat Damit das Pacing Besser funktioniert Das Tempo Und so war es im Grunde genommen Dass sie so involviert sind Sie hätten auch sagen können Ja ja Du bezahlst uns Und wir machen das so Ne also die sind dann auch Schon dabei Und sagen So sieht es besser aus Das wäre cool An der Stelle Und so weiter Und so fort Mittlerweile ist es so Bei Ausgabe 2 Da haben wir alle Unseren Unseren Rhythmus gefunden Da läuft es so Ich schreibe das Skript Ich schicke das Den beiden zum Lesen Dann gibt es Erstmal Anmerkungen Von Welche Panels Funktionieren Was funktioniert nicht Wo gibt es noch Offene Fragen Was wäre eine bessere Formulierung für XY Und Dann gibt es ein Storyboard Tatsächlich ganz grob Mit Bleistift Wo aber schon die Einzelnen Panels Zu sehen sind Es ist Auch wenn es manchmal Nur in Anführungszeichen Krickelkrackel ist Du kannst erkennen Welche Figur steht vorne Welche steht hinten Welche Perspektive Gibt es da Blicken wir nach oben Blicken wir nach unten Und Dann gehen wir das Nochmal zusammen durch Dann ist es an mir Zu sagen Hier bräuchte ich Vielleicht noch das Und das Oder diese Perspektive Funktioniert besser Als eine andere Ja Dann Setze ich Noah hin Der macht die Inks Für das Ganze Also der macht Die Outlines In schwarz Dann kriege ich noch mal Die Seite Zum Absegnen Und es ist In den Allerseltensten Fällen Dass ich dann noch mal Sagen muss Ah könnten wir hier noch mal Den Gesichtsausdruck anpassen Oder sowas Das ist bis jetzt Glaube ich nur einmal Vorgekommen Und Dann macht Patricia Die Farben Und dann hast du natürlich Die fertige Seite Und ganz oft stelle ich dann fest Sachen Wo ich beim Storyboard Noch ein bisschen unsicher war Wie die beiden das meinen Ist dann plötzlich ganz klar Wo ich dachte ja Es kann nur so ausgesehen haben Da habe ich auch gelernt So ein bisschen So ein bisschen mein Ich sag mal Mein Perfektionismus Oder so Kontrollfreak In mir So ein bisschen zurückzuzügeln Weil die beiden wissen Was sie tun Genau Und dann Wenn das geschehen ist Dann kommt Mark Dazu Und macht das Lettering Und da Im Grunde genommen Haben wir ähnliche Diskussionen Vorher Manche Charaktere Die halt Besonders Nichtmenschlich sind Die sprechen anders Zum Beispiel Der Chef der Kopfgeldjäger Die Runa verfolgen Der spricht Nicht schwarz Auf weiß Sondern er spricht Weiß auf schwarz In den Sprechblasen Und solche Sachen Die besprechen wir dann vorher Dann kommt das Lettering drauf Mark schickt Die Quasi die Sprechblasen An Noah und Patricia Die verbinden das mit dem Artwork Und dann wird die Seite Hochgeladen Okay Das ist ja cool Das heißt also Mark ist dann einfach so Als Nachzügler Dann Er gibt dann nicht noch Diesen auch professionellen Für das professionelle Feedback Was du ursprünglich Genannt hattest Das gibt ja vielleicht schon Im Rahmen der Storyboard Phase Oder so Das gibt er im Rahmen Der Skript Phase Tatsächlich schon Ich hatte ihm für Runa 2 Das Skript Gegeben Ich glaube er verflucht mich Weil es gibt eine Sache Über die ich mich Einfach mal hinweggesetzt habe Wo er gesagt hat Das Da weiß ich nicht Ob das so funktioniert Und ich Als Als Autor Als Romanautor Dachte ja doch Vertrau mir Ich glaube das funktioniert Aber Er ist da auch schon Relativ früh Weiß er Bescheid Um was es geht In der In der Geschichte Okay Also kriegt er auf jeden Fall In Ausgabe 2 Auch nochmal Einen Credit Für Lektorat Als Bescheid Ja müsste passen Wobei ich habe tatsächlich Eine Lektorin Das ist die Lama Tunert Mit der arbeite ich Bei meinen Romanen zusammen Die kennt meine Schreibe Und die sorgt Und die sorgt dann auch schon Im Vorfeld dafür Dass ich nicht ganz so Ausschweifend Bei den Dialogen werde Wobei Letzten Endes Ist es Marc dann Marc ist dann derjenige Der sagt Nein Geht so nicht Das ist zu lang Du benutzt irgendwie Drei Wörter Wo eins genügt hätte Ja Und das ist so Ich glaube das ist für mich Die härteste Lektion Ich sehe die Szenen Ich sehe die Bilder Schon im Kopf Beim Schreiben Ich höre die Charaktere Sprechen Aber Ich habe bei den Dialogen Noch nicht so richtig Die Dimensionen Der Seite Vor Augen Weißt du was ich meine Das halt In jedes Panel geht nur Eine begrenzte Anzahl Von Sprechblasen rein Das Das lerne ich gerade noch Aber zum Glück Ich habe Profis an der Seite Die dann sagen Ne Weg damit Das funktioniert so besser Was da mit einher geht Und was mir auch sehr gut gefällt Ist ja dass ihr Gar nicht so viel Erzähltext habt Also gar keinen Erzähltext Es passiert alles über Sprechblasen Oder über die Bilder Und das finde ich immer ganz angenehm Wenn man letztlich auch Zum Beispiel nicht so Doppelungen hat Dass man das was man im Text liest Auch nochmal auf der Seite sieht Das finde ich gut Und ich glaube ihr seid auf jeden Fall Auf einem guten Weg Und auf den müssen wir auf jeden Fall Nochmal zu sprechen kommen Du hast gemeint Ausgabe 2 ist gerade aktuell dabei Stück für Stück veröffentlicht zu werden Wie geht es weiter mit Runa Was sind eure Pläne Du hast jetzt auch schon Von Messebesuchen gesprochen Wo es dann irgendwann auch Diesen Druck gibt Den wir uns hoffentlich Dann noch bei dir kaufen können Wie viel kostet ihr eigentlich Was habt ihr noch so vor Ja also Die Pläne sind Runa den Rest meines Lebens zu machen Und Ein dickes Fettes Werk Irgendwann zu haben Die Omnibus Ausgabe Mit was weiß ich Tausend Seiten Das wäre mein Traum So ein dickes Fettes Runa Hardcover Am besten auch Mit dem gleichen Künstlerteam Also ich Kann mir nicht vorstellen Irgendwann das mit anderen Künstlern zu machen Da würde ich eher sagen Okay dann Bring was hier zu Ende Wenn die irgendwie ausfallen sollten Gerade sind Fünf Ausgaben geplant Um den ersten großen Storybogen Zu Ende zu erzählen Wo dann Viele von den Fragen Die vorkommen In Seit Ausgabe 1 Die werden dann beantwortet Neue Fragen werden aufgeworfen Es gibt neue Entwicklungen Der zweite große Storyarc Der beschäftigt sich dann Mit ihrer Rückkehr In ihre ehemalige Heimat Wo dann noch ein paar Leute Auf sie warten Mit denen sie Beef hat Und Irgendwann Eine Hardcover Ausgabe Von Dem ersten Storyarc Das wäre Das wäre ein Traum Ansonsten Zwischendurch Gehen wir halt auf Messen Wir Wollen da Die Hefte verkaufen Noch ein bisschen Artwork Und Achso genau Du hattest gefragt Genau Der erste Comic Der ist gedruckt Der hat 40 Seiten Der kostet 7,99 Da kriegt ihr einmal Die komplette erste Ausgabe Ist Hoffentlich ein guter Preis Denke schon Durchaus Ich finde Ich finde Für das Was man geboten kriegt Ist das Ist das ganz gut Und ihr unterstützt uns ja auch Es werden Das sind wir auch nicht müde zu betonen Also Das Mit jedem Kauf Wird Der Comic Auch einfach unterstützt Plus Jede Menge Bonus Material Die ganzen coolen Was alles hätte sein können Zeichnungen Alternative Designs Für die Charaktere Ich persönlich Finde das immer spannend Wenn ich Comics lese Von anderen Leuten Und Dann gibt es noch die Gleiche Ausgabe In exakt der gleichen Ausstattung Gibt es auch nochmal Als PDF Ja und dann Im Laufe des Jahres Dann auch Ausgabe 2 Mit einem ähnlichen Seitenumfang Und Das kann man sich teilweise Alles schon online angucken Wer euch unterstützen möchte Kann das Allemanschein nach Sowohl auf Webtoon Als auch auf Patreon Hattest du gemeint Da finden wir die entsprechende Links Übrigens wie immer In den Shownotes Eine Sache noch Du hast gemeint Du musst nichts verraten Wenn du nicht möchtest Aber du hast noch andere Comicprojekte im Kopf Oder in der Hinterhand Kannst du da schon was Anteasen Oder ist das noch zu jung Ne eine Sache ist So dass die auch Demnächst in Druck geht Da habe ich dann aber Mich entschlossen Bei Runa ist das so Wir machen das ja Wöchentlich Das heißt wir geben den Leuten Ein Versprechen Jede Woche kommt eine neue Seite Und dementsprechend Sorgen wir auch dafür Das ist aber manchmal Dann auch so Stressig Weil manche Sachen werden Last Minute mäßig gemacht Also ich glaube Mark hat schon Ein paar Mal geflucht Weil er Der ja das Das letzte Glied in der Kette Quasi ist Das Lettering So kurz vor knapp Gekriegt hat Und Das andere was ich mache Ist ein Ein Manga Wobei Puristen würden sagen Nein Dane Das ist kein Manga Weil Es ist keine gebürtige Japanische Zeichnerin Und das Ding ist Durchweg in Farbe Das ist ein Ein Prequel Comic Den ich gemacht habe Für ein Videospiel von mir Das jetzt dieses Jahr rauskommt Und das ist Beschreibt die Ereignisse Die dann direkt In das Videospiel übergehen Und das mache ich mit Ameno Kameko Das ist das Pseudonym Einer deutschen Mangaka Die aber In Tokio lebt Und Geld als Mangaka verdient Mittlerweile Also sie lebt den Traum Von ganz vielen Manga Lesern Aus Deutschland Oder Zeichnern Ja Und die hatte Marc mir empfohlen Und Dann habe ich sie auch Einfach mal Auf blauen Dunst Angeschrieben Habe gesagt Hey ich finde deine Sachen Mega Wollen wir vielleicht Diesen Prequel Comic Zusammen machen Der hat auch nur Zwölf Seiten Ja Pustekuchen Am Ende sind es Dann noch ein paar Mehr geworden Aber Der ist jetzt So gut wie fertig Ich schicke gleich Im Anschluss Marc Der da auch Das Lettering Übernommen hat Und ein paar Großartige Ideen Gehabt hatte Ich schicke ihm Gleich noch ein paar Letzte Dateien Die er haben muss Und dann gehen wir Damit demnächst In den Druck Noch wird der aber Nicht zu verkaufen Sein sondern Der wird ein Dankeschön sein An alle Betatester Von dem Videospiel Wie heißt es denn Achso Thief's Quest Heißt das Videospiel Thief's Quest Das Auge der Ewigkeit Beziehungsweise Eye of Eternity Weil wir es dann auch Auf Englisch rausbringen wollen Und das ist der Prequel Manga Dazu Der auch Thief's Quest heißt Mega Alles klar Dann werde ich es mir Auf jeden Fall nochmal angucken Und da mir auch Mal eine ganz spezielle Meinung Zu bilden Ich kann ihn dir gerne Zukommen lassen Mega Es ist schon noch irgendwie gut So einen Podcast zu haben Da schicken einem Leute Dinge Das ist gut Das kann ich mir vorstellen Ja Vielleicht sollte ich auch einen machen Mach mal Ist gar nicht so schwierig Ich helfe dir Man kann mich tatsächlich Auch als Podcast Consultant buchen Aber dazu später An anderer Stelle mal mehr Du wirst Du wirst mein erster Gast Wenn es soweit ist Optimal Da haben wir das doch Hier voll Kostprobo mäßig Auch mal geklärt Lieber Dane Ich danke dir vielmals Dafür dass du dir Heute die Zeit genommen hast Mit uns Mit mir über Runa zu sprechen Über alles was uns da noch erwartet Und auch über den Spaß Den sowohl du dabei zu haben scheinst Als auch wir Lesende Vielen Dank dafür Und ich wünsche dir Und deinem Team Noch weiterhin sehr viel Erfolg Mit Runa Und hoffe auf noch Eine ganze Menge Weiterer Ausgaben Ich danke dir vielmals Es hat mir auch mega Spaß gemacht Du bist übrigens der erste Podcaster Der uns Beziehungsweise mich dann Interviewt hat zum Thema Das war sehr aufregend Ich hoffe ich habe nicht zu viel War nicht zu ausschweifend Ja genau An alle Zuhörer Cool dass ihr dabei wart Guckt mal vorbei Auf www.runacomic.com Wenn ihr interessiert seid Da gibt es den Comic Auf Deutsch und auf Englisch Und ansonsten gibt es Alles andere in den Shownotes Hast du gesagt ne Ganz genau sieht es aus Richtig Super cool Dann wünsche ich euch Und dir vor allen Dingen Auch noch einen schönen Tag Das wünsche ich dir auch Liebe Dane Bis zum nächsten Mal Lass krachen Und wir sehen uns Keine Ahnung In München, Erlangen Oder bei der Dokumie Wo man sich halt so sieht Bis dann Tschüss Willkommen zurück Die zweite Ausgabe Beziehungsweise die zweite Runde Hier in dieser Ausgabe Des Podcasts Des Tele-Stammtisch Die widmet sich einer Dame Die wir eigentlich schon Vor viel längerem Hier im Podcast hätten Zu Gast haben sollen Als wir uns unterhalten haben Über Comics in Museen Da war ihr Name auf jeden Fall Auch auf der Liste Beziehungsweise das Haus In dem sie arbeitet Und das hat dann irgendwie Alles irgendwie auf jeden Fall Nicht geklappt Glücklicherweise Hab ich sie aber in Berlin Dann mal kennenlernen dürfen Bei der Comic Expansion Und wir haben abends In einer Hotellobby gesessen Und sogar einen Cocktail getrunken Sie ist unter anderem Promovierte Kunsthistorikerin Und Autorin Hat also studiert Kunstgeschichte Klassische Archäologie Religions Und Religionswissenschaft Und ich glaube einfach Letzten Endes Bringt sie hier Die angemessene Portion Kultiviertheit Mit in die Runde Ich freue mich sehr Dass sie heute da ist Und ich freue mich auch sehr Dass sie mir endlich mal erzählen kann Wie das da genau abläuft In Plauen Hallo ich bin der Andi Und wer bist du? Hallo ich bin Iris Heiß Und ich freue mich Dass ich heute bei dir sein darf Vielen Dank Dass du heute mal da bist Und mit uns ein bisschen sprechen möchtest Ja über Comics auch Kann es sein Dass du Comics magst? Ja sehr Also bevor ich überhaupt Zur Comic Forschung gekommen bin Habe ich Comics gelesen Und ein paar Statuen gesammelt Ich bin ja auch ein großer Superheldin-Fan Superheldin Das ist jetzt nicht gegendert Sondern ich mag die Männer einfach nicht so sehr Die Frauenfiguren sind einfach viel spannender Und deswegen ja bin ich einfach Team Wonder Woman Team Harley Quinn Und gerne auch Quinnpool Wenn man mal zu Marvel wechseln sollte Da bin ich irgendwie so privat hergekommen Und mir ist dann aufgefallen Dass das was ich als Kunsthistorikerin gelernt habe Das heißt, dass das Interpretieren von Bildern Von Bildaufbau Von dem Aufbau auch von Seiten Dass das eigentlich ganz spannend zusammenpasst Und dass daraus dann was wird Was sich Comic Forschung nennt Und als ich 2018 nach Köln gezogen bin Was da so ein bisschen Hochburg der Comic Forschung auch geworden ist Ja, war ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit Und habe gesagt So, jetzt mache ich das auch ein bisschen zum Beruf Fantastisch Du hast also dein Hobby oder den Spaß Die du scheinbar am Konsum von Comics hast Halt einfach offensichtlich intensivieren wollen Und hast dann auch den Ja, hast zumindest geschafft Einen Teil deiner Mietausgaben Auch dann damit zu kompensieren Herzlichen Glückwunsch Das schaffen wir leider nicht alle Das heißt also Du hast auch schon früh angefangen mit Comics Oder kam das erst später Wie bei mir zum Beispiel Das hat früh angefangen Also in meiner Kindheit schon Leider muss ich da auf das lustige Taschenbuch verweisen Das tut mir wirklich Eigentlich kriegst Drogen haben wir alles Hat mir eigentlich so ein bisschen leid Aber mein Vater ist Druckermeister Und der hat eben aus der Druckerei In der er dort gearbeitet hat Ab und zu mal solche Hefte Aber auch diese Omnibus-Ausgaben mitgebracht Und da bin ich also sehr aufgegangen Und ich war auch überglücklich Als er dann auch Dinge mitgebracht hat Wie Spawn oder Tomb Raider Und von David Mack auch Kabuki Also da war ich dann ein großer Fan Als ich Teenie war Und ja, hab tatsächlich auch mal Mein ganzes Zimmer Auch die ganze Decke Mit diesen großen Sonderausgaben behängt Die ich leider nicht mehr hab Die haben wir damals weggeworfen Als tut Es blutet mir das Herz Aber ich hab quasi mein Kindes Zimmer Zu einem Comicbuch gemacht Das heißt damals mein Kinderzimmer So ein bisschen kuratiert Und das heißt Auch mein Job als Kuratorin in Museen Hat das schon so ein bisschen vorweggenommen Und dann muss ich ehrlich sagen Hat sich das irgendwie verlaufen Gerade auch während meinem Studium Vielleicht wollte man ein bisschen seriöser werden Ich weiß es nicht genau Also es ist unbewusst passiert Und ich hab die Comics dann wiederentdeckt Ja, so kurz vor unserem Umzug nach Köln 2018 Und da dann eben wieder sehr massiv Sodass mein Mann immer so ein bisschen rüberschielt Aufs Budget, was wir haben Und was ich so ausgebe an Comics Ja, genau Und jetzt bist du ja aber auch relativ oft in Plauen, richtig? Das richtig, genau Ich pendel so ein bisschen Das heißt, ich bin immer ungefähr zwei bis drei Wochen Im Blauen und eine Woche in Köln bei meinem Mann Und genau Also es war Wahnsinn Ich hab Kunstgeschichte studiert Bin dann sehr stark in Richtung Grafische Künste gegangen Da hat mir eigentlich alle Spaß gemacht Dann war ich mal kurzzeitig in einer Stiftung angestellt In einer Kunststiftung in Köln Immer wieder natürlich Museumsarbeit Was eine große Leidenschaft von mir ist Und worin ich mich dann auch gut ausgekannt habe Und genau dann die Comics Und dann lese ich In der Arbeitslose Phase Was ja häufig bei Kunsthistorikern ist Wir sind eigentlich ständig arbeitslos Lese ich tatsächlich eine Ausschreibung Die sucht jemanden, der sich mit Grafiken auskennt Der schon mal in der Comicforschung gearbeitet hat Der sich mit dem Stiftungsrecht auskennt Und der eben in Museen gearbeitet hat schon Und ich hab das gelesen Und dachte Hä, die suchen mich Fantastisch Genau Und das war eben die Erich-Oser-Eoplaun-Stiftung Die da eine Leiterin für das Erich-Oser-Haus gesucht hat Und ja Jetzt hab ich tatsächlich meine Traumstelle gefunden Und genau diese Stiftung Und die Arbeit für diese Stiftung Insbesondere auch für die Galeritis gibt Und auch ja letztlich für alles drumherum Das sind die Dinge, über die wir heute ein bisschen miteinander sprechen wollen Denn das Erich-Oser-Haus Sehr viel zu bieten Soweit ich das hier in meiner Recherche rausbekommen habe Und wir reden hier aber auch nicht über irgendjemanden Denn Erich-Oser Das ist derjenige, der sich hinter dieser Abkürzung E.O.Plaun verbirgt Der vor allem bekannt sein dürfte Für diese doch ja International bekannten Vater-und-Sohn-Comics Die kennen ja sogar ich E.O.Plaun und diese Vater-und-Sohn-Comics sind international bekannt Dies gilt so ein bisschen als das Eine dieser großen deutschen Auch geschichtlich ein bisschen wichtigen Comics Möchte ich es mal sagen Und findest es total faszinierend Dass wir uns heute auch ein bisschen über dessen Leben unterhalten können Vielleicht kannst du erstmal so für uns Für mich, für das Publikum Ein bisschen einordnen Was genau Also wer war eigentlich Erich Oser? Erich Oser war erstmal ein Mensch, der die Menschen geliebt hat Der sehr neugierig war Und der vor allem immer gelacht hat Der gerne Witze erzählt hat Und so kam das eigentlich alles zu dem Wie er dann geworden ist Erich Oser ist 1903 in Untergettengrün geboren worden Das ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Ahrdorf Da hat er einfach so die Natur kennengelernt Und schätzen gelernt Die er auch später sehr viel gezeichnet hat Mit sechs Jahren ist er dann nach Plaun gekommen Mit seiner Familie Und hat dort dann in dieser großen Damals sehr florierenden Stadt Alles gesehen, was ihn dann gefesselt und fasziniert hat Das heißt auch sehr viel, sehr viel Technik In Plaun gab es sehr früh schon eine Straßenbahn Sowas fand er natürlich toll Er hat das gezeichnet Die Menschen dort gezeichnet In den Cafés auch gezeichnet Er ist sehr aufgewachsen Und genau, hat Plaun so ein bisschen im Herzen getragen Trotzdem ist es natürlich eine kleine Stadt gewesen Auch wenn damals sehr viel größer als heute sogar Es war ihm aber doch zu klein Er hat eine Schlosserlehre gemacht Die ihm nur in einer einzigen Hinsicht Spaß gemacht hat Und zwar dann, wenn er zeichnen durfte Er hat dann so Zeichenunterricht Und da ist schon aufgefallen, dass er sehr viel Talent dafür hat Er ist dann nach Leipzig gegangen Er hat dort Illustrationen im Buchgewerbe studiert Und dort merkt man schon Wenn man seine Aktzeichnung zum Beispiel anschaut Die ja ein wesentlicher Teil der Künstlausbildung war Und auch immer noch ist Das sage ich jetzt auch, weil wir gerade eine Ausstellung Über die Aktzeichnung haben Da sieht man, dass er wirklich ganz klassisch rangegangen ist Also auch sehr realistisch gezeichnet hat Aber währenddessen eben auch immer so seine kleinen Witzen eingebaut hat Also zum Beispiel, als er kleine mexikanische Statuetten zeichnet Die eben unbegleitet sind Und er dann an einer Stelle die Genitalien so ein bisschen überzeichnet Auf der anderen Seite aber einem Figürchen auch eine Badehose anzieht Was sehr witzig aussieht Und es usert einfach in den Zeichnungen Das heißt schon in den 20er Jahren Ab 1920 studiert er Fängt er an, Dinge wirklich auch auf eine sehr humorvolle, sehr abstrahierte Weise zu zeichnen Und das bildet sich einfach ein bisschen weiter aus Als er dann nach Berlin kommt 1927 gehen sein Freund Erich Kessner und er nach Berlin Weil sie wegen Erich Kessner und den Zeichnungen dazu von Osa Für ein Sonett, das Beethoven so ein klein bisschen krakiert Und für die Konservativen ihn sogar in den Dreck zieht Werden sie gefeuert Und gehen dann eben zusammen nach Berlin Dort zeichnet Erich Osa sehr viel für Zeitschriften Das heißt er Ja, er fängt an Witzbilder zu zeichnen Das heißt quasi Cartoons im Prinzip Und daraus entwickeln sich dann eben immer mal wieder mehr Panel Also sequenzielle Witze sozusagen Und so kommt er dann über die sequenziellen Witze hin Zu Vater und Sohn Das hat noch ein bisschen Da muss ich jetzt nochmal einen Schwenk machen Denn in den 20 Jahren fängt er unter anderem dann Also Ende ab in Berlin dann Fängt er an, für den vorwärts zu zeichnen Und zwar Karikaturen, die das NSDAP-Regime sehr kritisieren Und teilweise wirklich politisch Also persönlich auch angreifend sind Das heißt er zeichnet Hitler als Baby auf einem Schoß Oder vor Angst sich versteckend hinter einem Spiegel Oder hinter einem Porträt, das ihn als machtvollen Menschen zeigt Er geht also wirklich in die Vollen Und das Ganze noch bis 1932 Und wie wir wissen, wird das 1933 einfach lebensgefährlich Und Erich Oser flieht dann auch Verbrennt leider fast alle von seinen Vorzeichnungen für den Vorwärts Das ist bis jetzt so der größte Verlust in seinem Oeuvre Das heißt also für uns im Nachhinein Er bekommt dann aber 1934 eine neue Chance zu zeichnen Und zwar gibt es einen Wettbewerb, wo eine stehende Figur gesucht wird Und Erich Oser hat drei Vorschläge Eins davon ist Vater und Sohn Und das kommt an Also auch beim Rechtspropagandaministerium Obwohl er ja eigentlich nicht zeichnen darf Er hat natürlich seit 1933 Berufsabot Ist ja klar Hätte auch schlimmer kommen können Und was es dann ja irgendwann auch noch kam Und er bekommt dann trotzdem die Erlaubnis, diese Figuren zu zeichnen Zwar einmal die Woche Er darf nur unpolitisch zeichnen Und sein Name Erich Oser ist nicht mehr tragbar geworden Das heißt politisch untragbar Und deswegen musste er sich einen neuen Namen aussuchen Und seitdem nennt er sich im E.O. Plauen Erich Oser aus Plauen So ein bisschen als Hommage an die Stadt In der er aufgewachsen ist Und wo er eben die Motive kennengelernt hat Die ihn ein Leben lang zeichnerisch auch begleitet haben Er zeichnet dann drei Jahre Vater und Sohn Und hört dann auf, weil er es einfach nicht mehr schafft In der politischen Atmosphäre Solche sehr leichten, witzigen Geschichten zu zeichnen Er musste immer sieben Vorschläge abgeben Und nur eine davon wurde abgedruckt Und das konnte und wollte er einfach nicht mehr Er hat sich danach vermehrt Weil er bekannt geworden ist durch Vater und Sohn Damals war er so ein richtiger Shootingstar Man wusste, wie er aussieht Weil er zum Beispiel auch auf dem Cover von der Bits Von der Berliner Illustrierten Zeitung war Und hat sich dann auch selbst als Comicfigur erfunden Oder wieder erfunden Und hat dann so ein bisschen Scherze aus seinem Leben gezeichnet Das heißt zum Beispiel Wollte er immer ein Auto haben Hat sich auch in den 40er Jahren dann ein Auto gekauft Und genau Zeichnet sich eben als das, was er war Und zwar als sehr schlechten, aber leidenschaftlichen Autofahrer Und das ist natürlich in gewisser Weise sehr witzig So, jetzt kommen wir zum schlimmeren Teil Denn ab 1940 fängt er an, für das Reich zu zeichnen Das ist eine Propaganda-Zeitung für die NSDAP Also die Propaganda-Zeitung Das heißt, da wird auch richtig viel Geld reingesteckt Und wenn man eben nach den Gründen sucht Warum er plötzlich auch Karikaturen für die Gegenseite zeichnet Denn persönlich war es eben nicht seine Einstellung Das werden wir noch sehen Er muss man eben sehen Es war viel Geld dahinter Nicht nur, dass er gut verdient hat Sondern er wurde auch ausgestattet mit gutem Papier Mit großen Papierbögen Mit Zeichenutensilien Und stilistisch war er völlig frei Künstlerisch durfte er sich also wirklich ausleben Er ist dann auch 1944 noch angegriffen worden Vor seinem Tod Für seinen nichtdeutschen Zeichenstil Und wurde aber damals noch geschützt Leider wurde er dann Also wurde ihm seine eigentliche Haltung zum Verhängnis Und seine Schwerhörigkeit Erich Hose hat immer sehr, sehr laut gesprochen Und auch sehr laut Witze gegen das Regime Und gegen den verdammten Krieg gemacht Das war jetzt auch ein Zitat Das heißt, er saß mit Erich Knauf Einen guten Freund von sich In einem Bunker Luftschutzbunker Und hat Witze gemacht Über den schlimmen Krieg Hat den Krieg verteufelt Und 1944 war das was Was nicht geduldet werden konnte Er ist denunziert worden Also beide Und sie wurden dann inhaftiert Wehrkraftzersetzung Und in dieser Zeit war nicht zu erwarten Dass Milde herrscht Es war beiden schon klar Dass sie zum Tote verurteilt werden würden Und während Erich Knauf Das Todesurteil entgegengenommen hat Hingerichtet wurde Und seine Witwe Die Hinrichtung bezahlen musste Hat sich Erich Oser In der Nacht Auf den Prozesttag Das Leben genommen Das heißt mit 41 Jahren Und für ein Leben Damit das ja die Stimmung Jetzt nicht komplett gibt Für so ein kurzes Leben Von nur 41 Jahren Hat Erich Oser uns Einen riesigen Schatz An Zeichnungen Und an verschiedenen Stilen An verschiedenen Comics Witzbildern Realistischen Zeichnungen Hinterlassen Was wirklich unglaublich ist Und was wir jetzt eben In der Galerie E.O. Plauen nach und nach Ausstellen Die Arbeiten von ihm Sind ja genau wie du sagst Total unterschiedlich auch Wir haben also diese Vater und Sohn Comics Wie ja natürlich total bekannt Und berühmt ist Da steckt jede Menge auch Beispielhaft ist es ja auch Wirklich konträren Anderes Familienbild Als das was die Nazis Propagiert haben Es ist ja wirklich Also eine liebevolle Beziehung Zwischen Vater und Sohn Eine gewisse Rebellion Auch immer in diesen Comics Drinnen Und auch Das sind letztlich auch Themen Und auch so Interaktionen Zwischen Vater und Sohn Wie ich sie aus meinem Unmittelbaren persönlichen Umfeld Auch kenne Und auf der anderen Seite Aber auch eben Diese ganzen Karikaturen Wo er Sagen wir zumindest Auf der einen Seite Sowohl seine eigenen Politischen Ansichten In irgendeiner Form Dargestellt hat Also ganz bekannt ist Auch dieses Bild Wo irgendjemand so Ein Hackenkreuz pinkelt Zum Beispiel Und auf der anderen Seite Dann aber auch Weil er halt eben Doch ein bisschen Angst Um sein Leben Und vermutlich Seine Familie hatte Dann aber auch den Die Propaganda letztlich Gezeichnet hat Die Kriegspropaganda Also da ist wirklich Sehr viel Verschiedenes Drinnen in dem Kann man irgendwo sagen Dass er bei irgendeinem Dieser sag ich mal Richtungen Besonders viel Aufwand Betrieben hat Besonders viel Recherche Oder auch allein schon Quantitativ am meisten Gemacht hat Ne das kann man Tatsächlich nicht sagen Also was man sagen kann Ist dass Immer Humor Drinnen steckt Also Es osat Hattest du Teilweise Es osat Ja genau Also sogar In den Ernstgemeinden In Anführungszeichen Aktzeichnungen Die wir gerade Ausgestellt haben Er hat Sein Leben lang Aktzeichnungen Sonst sehr Durch Durch das Werk Von Erich Hose Aber Dass man jetzt Sagen könnte Er hat Vorwiegend Comics gezeichnet Oder er hat Vorwiegend Ja vielleicht Vorwiegend Witzzeichnungen Und sequenzielle Witze Das kann man Vielleicht sagen Aber Nicht bei uns Im Nachlass Also da ist es Wirklich sehr Ausgewogen Wir können zu jedem Thema Mehrere Ausstellungen Machen Ja Ich merke schon Da gibt es also Genug Abwechslung Was ihr dann auch In der Galerie Oder wo auch immer Dann präsentieren könnt Wie sieht es Eigentlich aus Also er hat ja Selbst auch Einen Sohn Gehabt Wenn man hier Beispielsweise Auf der Wikipedia Seite von dem Ist Sie aber noch Das Familiengrab Bei dem der Sohn Scheinbar ist Das hier auch Mit liegt Wie war eigentlich Da die Verbindung Der Vater ist ja Dann letztlich Verstorben Als er noch Sehr jung War War diese Bindung Zwischen den beiden Noch Inspiration Für die Vater und Sohn Comics Ja das eben Immer die Große Frage Inwieweit Vater und Sohn Das Tatsächliche Leben Auch Darstellen Von Erich Oser Und Christian So heißt Der Sohn Ja ich fange Vielleicht mit Vorne an Erich Oser Heiratet 1930 Und zwar Eine sehr hübsche Und sehr Gebildete Illustratorin Marigat Banzer Ich sage jetzt Auch ihren Mädchennamen Weil sie unter ihrem Mädchennamen Gezeichnet hat Sie hat zum Beispiel Kinderbücher Und Spiele Illustriert Unter anderem Auch Adventskalender Und so weiter Da haben wir auch Einiges In der Sammlung Und stellen es auch Immer mal wieder aus Und sie hat die Familie Ernährt als Erich Oser Berufsverbot hatte Also immerhin Ein Jahr Nach der Hochzeit Kommt dann Christian Zur Welt Und Christian Bleibt der einzige Sohn Und das Muss man sich Überlegen Also 1931 Geboren Das heißt Wir sind dann Bald In der Zeit In der natürlich Auch größere Familien Propagiert werden Du hast es eben Schon gesagt Auch Vater und Sohn Ist eben mit Diesem Ein Kind Also nicht nur Die Beziehung Zwischen beiden Sondern auch Dass es nur Ein Kind Ist Ist natürlich Erstmal Gegen das Familienbild Des damaligen Regimes Und Später Also wir haben Ein Brief Von Erich Oser In dem Er Einen Ehemaligen Freund Oder Einen Einen Alten Freund Sagen wir so Gratuliert Zu seinen Vier Kindern Und Schreibt dann Auch Er hat Bisher Immerhin Nur Ein Sohn Und das Klingt Einfach Wollte Ja Eigentlich Mehr Kinder Haben Warum Das Nicht Passiert Ist Wissen Wir Nicht Aber Du kannst Dir Vorstellen Erich Oser Und seine Frau Haben Ein Einziges Kind Das heißt Dieses Kind Ist Gestorben Auch Auch Noch Zu Seinem Vater Befragen Gibt Es Auch noch Irgendwelche Informationen Von Ihm Direkt Ja Er hat Zum Glück Für Eine Tagung Von Quasi Quasi Nicht Nicht Mehr Sagen Können Okay Jetzt Interviewen Wir Noch Weil Sonst Die Informationen Irgendwie Verloren Das Hat Man Leider Nicht Mehr Gemacht Und Ja Deshalb Haben Wir Eben Diesen Ein Text Wir Haben Auch Genug Zeitzeugen Noch Die Christian Oser Kannten Und Mit Den Wir Auch Nach Und Nach Gerne Sprechen Und Immer Aufschreiben Was Sie Was Sie Sagen Teilweise Auch Teilweise Auch Aufnehmen Aber Es Mehr Dieser Enge Bezug Es Gibt Ja Noch Zwei Enkel Peter Und Scott Oser Die In den USA Leben Mit Scott Haben Wir Leider Überhaupt Keine Verbindung Peter Oser War Ab und Zu Mal In Plauen Und Hat Sich Auch Das Museum Angeschaut Und Er Hat Da Allerdings Ja Also Über Christian Dann Zwar Sprechen Können Aber Über Das Verhältnis Zwischen Erich Oser Und Seinem Sohn Haben wir Dann Nicht So Viel Mehr Neues Raus Gekriegt Leider Jetzt Hat Der Erich Oser Durch Die Künstlernamen E.O. Plauen Ja auch Ein Stück weit Der Stadt Plauen Auch Ein Denkmal Gesetzt Wenn ich Hier Ebenfalls Auf Wikipedia Seite Ich Ich gestehe Ich habe sie Gerade vor mir Wenn ich Dann Ein bisschen Rum gucke Dann sehe ich Unter anderem Auch Dass in der Stadt Plauen Keine Ahnung Dann ist Dann auch Mal so Eine Ampel Irgendwie In Vater Und Sohn Optik Daher Das Ampelmännchen Seht halt aus Wie der Vater Und wie der Sohn Inwiefern Ist denn Plauen Auch eine Erich Oser Stadt Oder andersrum Inwiefern hat Plauen Ihn Konkret Geprägt Das sind Ja Zwei Fragen Also Wenn du Fragst Inwieweit Plauen Erich Oser Oder E. Plauen Geprägt Hat Da sind Es eben Die Motive Wie gesagt Also Plauen War damals Auch Eine Stoff Produktion Stadt Und Wenn man Sich So ein Bisschen Durch Das Werk Von Erich Oser Schaut Dann Sieht Man Auch Immer Wieder Dass Er Auf Die Stoffe Acht Gibt Und Da Auch Sehr Penibel Teilweise Die Stoffmuster Wieder Gibt Und Die Traparin Wieder Gibt Das Hat Er Dort Kennengelernt Und Das Behält Er So ein Bisschen Bei Und Das Ist Das Was Ich Iben Gesagt Hab Also Plauen Muss ihn Trotzdem Beeindruckt Haben Er Muss Sich Selbst Plauen Auch Empfunden Haben Und Deswegen Ist Erich Oser Ein genuines Kind Plauens Ist Plauen Eine Erich Oser Stadt Sie wird Es Immer Mehr Also Als ich Angekommen Bin Hatte Ich Das Gefühl Ja Es Ist Schon Was Da Aber Es Wird Immer Mehr Also Die Identifikation Mit Erich Oser Springt Den riesigen Schritten Voran Denke Ich Und Es Ist Ja Auch So Dass Wir Also Es Ist Ein Sehr Seltsames Konstrukt Wir Sind Eine Stiftung Die Aber Mit Der Stadt Plauen Zusammen Gegründet Wurde Das Heißt Von Anfang an War Die Stadt Ein Teil Der Erich Oser Eoplauen Stiftung Und Im Stiftungsrat Sitzen Eben Auch Stiftungsräte Also Stadträte Die Da Eben Auch Stiftungsräte Sind Und Die Das Ganze So Ein Bisschen Vermischen Was Auch Sehr Gut Ist Was Auch Wichtig Ist Dass sich Die Stadt Plauen Mit Erich Oser Schreck Eoplauen Auch Identifiziert Und Wenn man Hier Ankommt Also Man sieht Dass du Wenn du Wikipedia Zitierst Das Vielleicht Noch Nicht Hier Was Ja Wenn man Plauen Ankommt Dann Zieht Man Sofort In Bahnhofs Gebäude Am Oberen Bahnhof Eine Vater Und Sohn Plastik Aus Holz Die Also So ein Bisschen Wie Der Berliner Bär Überall In der Bahnhof Straße Stehen Also Bis Nach Unten In Die Altstadt Und So ein Bisschen Den Weg Auch Zur Galerie Eoplauen In Nobelstraße Zeigen Und Das Ist So ein Bisschen Was Mit Dem Die Touristen Hier Sofort In Kontakt Kommen Und Die Dann Eben So ein Bisschen Weiter Forschen Schauen Was Ist Das Wer Ist Das Und Wenn Sie Sich Diese Fragen Mal Schwellen Dann Kommen Sie Zu Uns In Galerie Eoplauen Und Wollen Dann Die ganzen Schmutzigen Details Wissen Die Es Zu Wissen Gibt Sehr Gut Aber Wir hatten Jetzt An Verschiedenen Stellen Eigentlich Auch Schon Verschiedene Orte Und Institutionen Genannt Da Würde Ich Gerne Wirklich Noch Ein bisschen Licht ins Dunkel Bringen Also Wir Müssten Jetzt Mal Auseinander Klamüsern Wo Besteht Der Unterschied Zwischen Dem Erich Osa Haus Der Galerie Eoplauen Aber Auch Der Erich Osa Eoplauen Stiftung Und Dann Auch noch Dem Verein Den Es Dazu gibt Weiß nicht Von Welcher Seite Wir Aus Da Am Besten Näher Stiftung Vereinen Wo ist Da Der Unterschied Wer Ist Träger Von Was Vielleicht Da Kannst Du Bestimmt Licht ins Dunkel bringen Wir Fangen Vielleicht Gar Nicht Da An Sondern beim Erich Ose Haus Erich Ose Haus Ist Nämlich Der Begriff Für Die Örtlichkeit In Dem Alle Anderen Drei Institutionen Sitzen Das Heißt Es Wie Erika Fuchs Haus In Schwarzenbach Die Ihr Ja Eingeladen Hattet Für Den Letzten Podcast Die Auch Neweil Gebraucht Haben Bisher Auf Die Galerie Jopla Und Gekommen Sind Aber Gut Ich Verzeih Ihnen Genau Es Ist Quasi Die Örtlichkeit Wo Alles Zusammen Kommt Dann Die Trägerschaften Die EU Blauen Gesellschaft Das Heißt Der Freundeskreis Sozusagen Bestand Tatsächlich Vor Der Stiftung Das Ist Was Was Es Sehr Selten Gibt Die EU Blauen Gesellschaft Ist Schon 1993 Gegründet Worden Und Hat Damals Eine Kleine Galerie Aufgemacht Wo Sie Eigentlich Zeitgenössische Kunst Erstmal Ausgestellt Haben Und Das Aber Nach EU Blauen Genannt Haben Sie Haben Sich Da Ausgetauscht Über Kunst Über Zeichnung Und Als Christian Osa In Blauen War Und Auch Das Erste Mal Nach Der Wende Das Grabmal Von Sein Vater Besucht Hat Hat Er Ist Darauf Aufmerksam Gewonnen Und Man Hat Dann Eben Über Christian Osa Auch Osa Originale Ausstellen Können Und So Kam Das Schrittchenweise Hier Die Ernährung An Plauen Und Man Hat Sich Dann Die Aufgabe Gestellt Die Einmal Eine Stiftung Zu Gründen In Die Der Nachlass Von Erich Osa Beführt Werden Kann Und Das Ist Dann Tatsächlich Geschafft Wurden Also Die EU Plauen Gesellschaft Hat Das Geschafft Zusammen Mit Der Stadt Plauen 2004 Die Erich Osa EU Plauen Stiftung Zu Gründen Und Diese Organisationsform War Einfach Wichtig Um Den Nachlass Zu Schützen Denn Ein Verein Kann Sich Einfach Mal Kurz Auflösen Der Hängt So Ein Bisschen An Den Menschen Die Das Ganze Bespielen Und Die Stiftung Ist Da Eher Auch Rechtlich Geschützt Darum Ging Ein Ein Bisschen Und Man Hat sich Dann Auch Also In Der Stiftungssatzung Wird Eben Auch Formuliert Dass Das Werk Von Erich Osa Nicht In Geben Hat Euro Euro Das Müsste Erich Erich Ausstellungen zu gehen Darstellungen von Erich Osa Das Heißt Es Werden Akte Gezeigt Aber Es Geht Vor Allem In Diesen Akten Um Die Körper Form Denn Er Hat Damals Schon Sehr Modern Nicht Ein Frauentypus Gehabt Oder Ein Körpertypus Sondern Er Hat Sehr Männliche Männer Sehr Weiblich Sehr Zart Anmutende Männer Gezeichnet In Fast Tänzerischen Posen Er Hat Frauen Von Groß Klein Dick Dünn Ein bisschen Älter Ein bisschen Jünger Also Er hat Da eine Volle Bandbreite Drin Und Das In Verschiedensten Stilen Also Auch Da Unterschiedliche Formen Und Das War So Das Was Ich Ganz Am Anfang Gesehen Hab Als Ich Erst 2021 Angefangen Hab In Der Erich Oseo Blaun Stiftung Zu Arbeiten Und Ich fand Das So Faszinierend Wie modern Sein Ansatz Damals Schon War Dass Ich Mir Damals Schon Gesagt Hab Okay Da Mache Ich Mal Eine Ausstellung Dazu Und Voila Yes Ist Ist Tatsächlich So Und Vielleicht Darf Ich Mal Spoilern Denn Es Ist Noch Nicht So Richtig Raus Aber Wir Werden Jetzt Demnächst Mit Der Großen Bewerbung Anfangen Anfangen Männer Mit Freundinnen Dann Mit Frau Läuft Vater und Sohn Drei Jahre Erzeichnet Oder Es Wird Einmal Die Woche Ein Strip Publiziert Und Gaston Land Alley Läuft Über 40 Jahre Und Das Tolle Dran Ist Auch Dass Die Zeit Nicht Stehen Bleibt Sondern Das Kleine Baby Wird Erwachsen Also Es Altert In Echtzeit Wird Dann Irgendwann Bekommt Dann Auch Eine Freundin Heiratet Bekommt Auch Kinder Und So Fängt Das Ganze Irgendwann Von Neuem An Und Das Ist Ja Wie gesagt Die Enorme Unterschiede Enorme Parallelen Die Superspannend Sein werden Und Die Auch Ein Klein Bisschen Politisches Konflikt Potenzial Auch Behandeln Werden Aber Das Sage Ich Noch Nicht mehr Dazu Ja Interessant Das Scheinbar Eine Ausstellung Auf die Wir Uns In diesem Jahr Freuen Können Noch In Erlebbarer Zeit Und Ihr Stellt Ja Letztlich Comics Aus Und Um Comics Auszustellen Und Als Publikum zu Bringen Da Muss Man Es ist Für mich Persönlich Super Faszinierend Wenn Ich Original Sehe An Der Wand Das ist Toll Aber Trotzdem Erreicht Mir Ich Fahre Ganz Direkt Mit Was Für Ideen Versucht Ihr Die Ausgestellten Kunstwerke Dem Publikum Näher zu bringen Gibt Es Beispielhaft Irgendwelche Interaktiven Dinge Gibt Es Ich Glaub Da Stehen Die Kids Total drauf Irgendwelche Knöpfe Auf Die Man Drücken Kann Dann Gehen Irgendwelche Sounds Los Also Gibt Es Irgendwas Was Über Dieses Bild Hinter Glas hinaus geht Also Erstmal Nochmal Zu Bild Hinter Glas Beziehungsweise Vitrinen Mit Dingen drin Wir Haben Als Haus Natürlich Den Vorteil Dass Wir Nicht Nur Die Comics Ausstellen Sondern Wir Können Die Comics In einem Das heißt Wir Können Zum Beispiel In Der Letzten Ausstellung Hatten Wir Den Witz Zeichnungen Von Erich Oser Über Sich Als Autofahrer Stunden Des Schreckens Ein Karikaturist Lernt Autofahren Hatten Wir Neben Eine Zeichnung Von Erich Oser Gelegt In Den Er Sein Auto Gezeichnet Hat Mit einem Fotoalbum Mit einem Foto Von Erich Oser Vor Sein Auto Und einer Vater Und Sohn Geschichte Mit einer Autopanne Zum Beispiel Das heißt Wir Können Diese Comics In ein Größeres Ganzes Einbinden Und Damit Erreichen Wir Eben Nicht Nur Comic Fans Oder Menschen Die Jetzt Mit Dieser Sequenziellen Kunst Was Anfangen Können Sondern Wir Erreichen Im Prinzip Alle Die Kulturell Ein bisschen Was Mitnehmen Möchten Für Kinder Ist Es Natürlich Nicht Spannend Genug Und Deswegen Haben Wir Zum Beispiel Große Aufsteller Mit Vater und Sohn Wo man Wo man Wo man Wo man Fotografieren Kann Und Da Fotografieren Natürlich Ohne Blitz Auch Bei uns Wir Haben 3D Puzzle Bei dem Vater und Sohn Geschichte Zusammen Gepuzzle Oder Mehrere Zusammen Gepuzzlet Werden Können Das Wird Gerne Angenommen Also Gerade Von Kindern Die Stürzen Sich Da Eigentlich Drauf Ansonsten Wurden Die In Letzten Jahren Jetzt Ein paar Sachen Abgebaut Wie Zum Beispiel Eine Station An Der Man Sich Verkleiden Konnte So Im Stil Der 20er 30er Jahre Das Haben Wir Seit Corona Nicht Mehr Und Da Müssen Mal Schauen Wann Oder Ob Wir Das Wieder Aufbauen Knöpfe Wird Ab Eine Nächsten Ausstellung Geben Zumindest Zumindest Ja Haben Wir Jetzt Eine Kleine Förderung Bekommen Ein bisschen Größere Förderung Deswegen Bekommen Wir Auch Touch Pads Die Wir An Die Wände Montieren Und An denen Auch Was Tolles Zu Sehen Sein Wird Mehr Verrate Ich Noch Nicht Da Muss Mal kommen Es Wird Eine Kurbel Kiste Geben Wo Also Das Leben Von Erich Osa Sich Erkurbeln Kann Auch Da Ist So ein Hands On Und Genau Es wird Eine Neue Wandgestaltung Geben Geben In den USA Gibt Es Ja In den Tollen Großen Comic Museen Immer Comics An Der Wand Größere Also Wand Tattoos Oder sowas Bei uns Wird Es Jetzt Eben Auch Eine Wand Bespielung Geben Mit Vater und Sohn Die Einladender Seien Soll Auch Für Kinder Und Die Dass Die Vater und Sohn Thematik Auch Ein Bisschen Durch Ziehen Auch Wenn Die Fokus Ausstellung Eigentlich Zeitweise Auch Was Ganz Anderes Thematisieren Genau Das Sind So Unsere Bisherigen Und Zukünftigen Dinge Die Man Anfassen Und Tun Kann Es Ist Tatsächlich Eine Kunst Galerie Das heißt Wir Haben Gar Nicht So Viele Kinder Die Jetzt Mit Erwachsenen Da Unbedingt Reinkommen Ab Und Zu Mal Aber Es sind Erwachsene Als Ziel Publikum Gerade Noch Noch Aber Du hast Schon Gesagt Wir Haben Eine Unheimlich Tolle Und Kreative Und Sehr Umtriebige Museumspädagogik Die Im Moment Noch Hauptsächlich Für Schulklassen Zugänglich Ist Das heißt Schulklassen Hier In der Gegend Machen Projekte Zusammen Mit unserer Museumspädagogin Und Da Machen Sie Noch Ganz Andere Sachen Denn Wir Haben Eine Voll Eingerichtete Museumswerkstatt In der Wir Unter anderem Auch Eine Druckerpresse Haben Das heißt Die Kinder Können Kalligrafie Lernen Sie Sie können Dinge Basteln Laterien Basteln Zum Beispiel Linolschnitte Anfertigen Und Drucken Und Letztes Oder vorletztes Jahr Haben wir sogar Historische Druckplatten Von Vater und Sohn Angekauft Nicht die Originalen Lebzeiten Von Erich Hose Aber trotzdem Älter Und größer Und Der Kulturraum Vogelands Wickau Und sehr Unterstützt Und wir Da Eben vor allem Das Vogeland Abdecken Allerdings Nicht nur Das Sächsische Vogeland Sondern eben Auch Das Thüringische Und Das Fränkische Vogeland Wer sich da einen Eindruck Von eurem Angebot Machen Möchte Der kann Natürlich auf jeden Fall Mal auf eure Website Gehen Wie und wo ihr die findet Der schaut gerne in die Shownotes Ich packe alle relevanten Links Wie immer in diese Hinein Und dort habt ihr zum einen Die Möglichkeit Euch ein bisschen Mit den Möglichkeiten Der bei euch gebotenen Museumspädagogik Zu beschäftigen Also das wirklich Ein Portfolio der Guten Laune Für verschiedene Altersklassen dabei Das muss man sich mal In Ruhe anschauen Das sieht sehr gut aus Und ihr habt vor allem auch Und die Möglichkeit Hab ich gerade genutzt Die Möglichkeit Da in so einem 3D-Bild 360-Grad-Bild Mal ein bisschen Durch euer Haus Zu schlendern Sag ich mal Und auch dann Eindruck davon zu gewinnen Wie das in der Galerie Und bei euch Also insbesondere Im Erich-Oser-Haus Auch so aussieht Das empfehle ich meinem Publikum Gerne mal an der Stelle Super Und du bist natürlich Auch herzlich eingeladen Also komm mal vorbei Das ist nicht ausgeschlossen Ganz im Gegenteil Warum nicht Also das schöne Vogtland Ist sicherlich eine Reise wert Liebe Iris Wie sieht es eigentlich aus Haben wir noch Punkte Die wir unbedingt ansteigen sollten Bevor wir zum Ende Unseres Gesprächs kommen Was auch noch Teil Der Stiftungsarbeit ist Wir haben jetzt hauptsächlich Über die Galerie EO Plauen Also über den Ort An dem ausgestellt wird Fest Gesprochen Aber die Stiftung Die Erich-Oser-Plauen-Stiftung Hat natürlich auch Die Aufgabe EO Plauen Sein Leben Sein Werk Und so weiter Wirklich so weit Wie möglich Bekannt zu machen Das heißt, nicht nur in Plauen selbst sind wir aktiv, sondern wir versuchen auf Tagungen zu sein und da auch über EU-Plauen zu sprechen, immer mal ein bisschen auch in anderen Gefielden Ausstellungen zu machen. Wir hatten jetzt letztes Jahr erst eine Ausstellung in Köln, im Köln Comic House. Das war sehr schön, weil dort ist es klimatisch nicht so optimal wie bei uns im Museum und deswegen konnte ich keine Originale ausstellen dort und ich hatte eigentlich erst abgelehnt und Susanne Flimm vom Köln Comic House hat zu mir gesagt, Iris, jetzt sei mal nicht so versnobbt, denk dir was aus. Und wir haben da eine Ausstellung zum Ich des Künstlers im Comic uns ausgedacht, bei dem man auch sehr viel selbst zeichnen, selbst Hand anlegen kann. Das heißt, dort war eine Magnetwand und man konnte Comicstrips selber zusammensetzen, auch mit ein paar Bildern, die da eigentlich gar nicht reingehören, um das ein bisschen lustiger zu machen. Und es gab Wendeporträts und natürlich eine Haftnotizzettelwand, was ich finde, was eine großartige Idee eigentlich für jede Ausstellung ist, denn die Menschen nutzen das wirklich. Menschen mögen diese Haftnotizzettel und es sieht am Ende wunderschön bunt aus. Und bei E.O. Plauen ist uns aufgefallen, was ich wirklich ganz bezaubernd finde, dass es unter den ganzen Zetteln, die sich dort gefunden haben, was also über 100 waren, da war nur ein einziger Zettel mit Schrift, alles andere waren Zeichnungen. Das heißt, E.O. Plauen scheint die Menschen zu animieren, selbst günstigerisch tätig zu werden. Und das ist natürlich eine große Freude und tatsächlich muss ich geschehen, das einzige Post-it mit Schrift war von mir. Wunderbar. Ich merke schon, da wird viel Arbeit geleistet, viel gute Arbeit, viel wichtige Arbeit auch und natürlich auch aufklärerische Arbeit, insbesondere alles, was Richtung politische Aufklärung geht. Ich glaube, da waren die Zeiten nie besser als heute, um in diese Richtung da auch wirklich ein bisschen, ja, wichtige Arbeit zu leisten. Liebe Iris, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns, mit mir über deine Arbeit zu sprechen, über das, was ihr da in Plauen vor allem auch macht und auch über Plauen hinaus. Es war mir eine große Freude und ich hoffe, dass wir uns bald meinetwegen bei der nächsten Expansion wiedersehen. Wunderbar, sehr gern. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.